Deutschland will nach monatelangem Zögern nun offenbar doch Leopardpanzer an die Ukraine liefern. Im Gegenzug wollen die USA, Kiew Medienberichten zufolge eigene Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Ukrainische Regierungsvertreter begrüßten die Nachricht. Vize-Außenminister Andrei Melnyk, der früher Botschafter in Deutschland war, sprach von einem, Zitat, Meilenstein auf dem Weg zum Sieg. Präsident Volodymyr Selenskyj äußerte sich zurückhaltend. Es geht nicht um fünf, zehn oder 15 Panzer. Wir brauchen mehr. Wir tun jeden Tag das Nötige, um das Defizit wieder aufzufüllen. Ich danke jedem, der uns dabei hilft. In Medien ist von etwa 14 Deutschen und rund 40 US-Panzern die Rede. Daneben wollen auch andere Länder wie Polen Panzer an die Ukraine liefern.